Applaudieren beim Fahren durch die Sackskurve im Motodrom in den Führungsfahrzeugen. Schön überlegt, nämlich anders als üblich. Auch das war optisch schon klar. Es geht was quen. Auch den Ausgleich noch mit dem N sigui. Das ist der Fahrzeug. Die Autos, Alter! Wir sehen nicht mehr, Jenny Gumi! Also, Jenny Green ist hier heute mit 7,6.